Die Sicherheitsbügel manuell schließen. Sooo, alles klar vorne? Ja. So, 1, 2. So, jetzt. So, jetzt. So, alles klar vorne. Herzlich willkommen an Bord von Flyover. Fangen wir es mal an. Die erste Fahrt. Schön sagte. Schön locker. Das ist so ein Gewinnung. Nebel. So, jawohl vorne. So, seid ihr alle bereit? Na, du sagst doch mal vorne. Die erste Runde, auf geht's vorne. Jetzt geht's nach oben. Kommt schon los! Hey! Hallo Action Junkies, hier ist euer Flugbegleiter vom Flyover. Wie ihr sehen könnt, sitzen wir hier alle zusammen und wollen so langsam die luftige, unverhandelte Fahrt genießen. Systemauswahl. Ähm, ähm, was ist das denn jetzt? Moment, wir haben da ein kleines Problem. Achtung, Systemauswahl. Wir resetten die Systeme XYADR35. Passwort bestätigt. Systemdiagnose läuft. Flyover in Bereitschaft und online. Alle Systeme online. Alle Systeme online. Wir können starten. Flugkontrolle oder ausgelöst. Flugkontrolle oder ausgelöst. Zeit rüber 50 in Bewegung. Systembereich. Alle Systeme normal. Gutraue, Lichtberg eingeschaltet. Auf und Gabriele aktiviert. Die Fahrzeuge beginnend im 5-4-3-2-1 Ready to go Alles klar, Leute, legen mal los! 4! Was ist denn das so? Wenn das geht, geht es nicht mehr. Ich würde sagen, es geht nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.